Moin moin und hallo, willkommen zurück zu Half-Life 2 Part 21, mein Name ist Mo von Gehensohn.TV Wir gehen erstmal nach oben um zu gucken was dort ist Verschlossene Türen, wir gehen noch weiter nach oben Sieht ja nicht so interessant hier aus Ein Zombie Du nervst Dr. Breen Zombies, Zombie, nicht Zombies, das war nur einer Mann, lass mich durch So, dann gehen wir jetzt unten weiter Gar nicht als lange damit aufhalten Hey, ich hab neuer Kumpels gefunden, wie es aussieht Du zuerst Dr. Breen Achter Breen, wir brauchen noch jemanden in die Barrikade zu stürmen Aber dass Sie das Ja, wieso, natürlich Oder ein Headcrab Geh mal weg da Geh mal weg da Oh, hey, da war ein Headcrab hinterher Headcrabs Okay, Waschmaschine schafft nicht mal das Ding Okay, so aus wie Blut Boah, das nervt so, dass du nervst Ah, Dankeschön Wie so'n Doktorstuhl, ey Gott, die Waffe auf Distanz ist die so unnütz Okay, gut Nein! So Ja, sogar hier drin habt ihr Hüpfer Habt ihr keine Angst, dass die selber irgendwie hochgehen bei euch? Oh Gott, ey Oh Boah, schon wieder ein Headcrab Was ist das? Achso Okay Okay Okay, verschlossen Aber wer schießt hier? Kann ich das Tor irgendwie für meine Kumpels aufmachen? Ah Kommt durch, kommt durch Ach, der ist auch schon damals gekommen Egal Ich lass meine Kumpels einfach machen, was sie wollen Das ist mir eigentlich auch ziemlich schnuppe alles Ich will hier eigentlich nur weiterkommen Ja, da ist mein Tisch umgeschmissen als Schutz, du kleiner Camper So, das haben wir Gehen wir erstmal nach oben Okay, wir gehen nicht nach oben Ein Rasensprenger, wollte ich fast schon sagen Ein... Oh Gott, wie heißen die hier noch? Sprenger, Sprenger Keine Ahnung, ich kann mich auf die Namen Ja Wenn ihr noch wisst, wie die Teile heißen Dann schreibt's mir bitte in die Kommentare Ich komm nicht drauf Boah, der flog aber hoch Okay, und es geht weiter nach unten Mehr Gegners Yay Wir gehen in die Toilette rein Und es ist kein Zombie da Was für ein Wunder Oh Schnitter Mein Team ist echt gut Also das mein ich ernst Ist echt gar nicht mal so schlecht hier Deckensprenger oder... Keine Ahnung Diese komische Bewässerungsanlage Die es in jedem Kofos gibt Zum Schürze von Brand Ich komm einfach nicht drauf Wie das Scheißding heißt Ey Okay, alles klar Oh Gott Ja, aber es war so klar Dass da unten einer liegt Ich hätte eigentlich mit einem Headcrap gerechnet, aber... Auch okay Jetzt hab ich gar nicht geguckt, was oben ergibt Aber der bin ich anscheinend schon mal richtig Also nehmen wir uns den doch auch Oha Nur ein einziger? Das war komisch Ja, nur ein einziger, ja, ja Wer schießt hier mit der Pumpe eben? So ein Kumpel? Naja, okay Naja, okay Ich geh schon mal weiter Die machen das da hinten schon Wir gehen einmal hier hoch Über den LKW Springen elegant über das Loch Über den LKW Hier hinten hinter Da Unsere Freunde können hier natürlich nicht durch Also machen wir das Schloss auf So muss das sein Oh man Das war's? Nee Wo bist du? Alles klar So, und weiter Warte ey, irgendwann sollte ich doch mal wieder zum Brecheisen übergehen Weil das wird doch auf die Dauer glaube ich doch ein bisschen teuer Ach scheiße So müssen wir die Dauer Und treffe ich den nicht? Alles klar Gordon Freeman? Ich bin's, oder? Einen Moment, ich lege an Verladung und dann spreche ich das hier auf. Alles klar, besten Dank auch. Muss ich irgendwie Deckung geben mit den MGs? Die stehen hier gerade so schön. Ja, war ja so klar. War ja wieder so klar. Ja, helf mir mal bitte, der ist genau hinter mir. Oh, das war meiner. Ich glaube, ich habe aus Versehen meinen eigenen gerade fertig gemacht. Ich glaube, ich habe schon wieder einen eigenen fertig gemacht. Ja. Ja, alle tot, ne? Wie sieht es mit der Ladung aus? Kannst du es wieder zumachen? Die Tür ist von oben verstärkt worden. Vielleicht kann man sie umgehen. Ja, kann man. Machen wir auch. Gut, dass Sie den Anzug haben. Wieso? Was ist denn hier so schlimm? Ah. Die Seuche ist ausgebrochen. Oh Mann, okay. Gefährliche Strahlungswerte. Noch mehr irgendwo? Nee. Okay. Okay, das war jetzt übertrieben. Okay, das waren doch noch nicht alle. So, ähm... Nur noch einer. Hä, wo kommen die alle her? So. Jetzt habe ich, glaube ich, Ruhe, ja. Komisches Bild, Gemälde, würde ich mal sagen, ne? Affe, Mensch, Mensch mit Maske, oder wie? Egal, interessiert mich jetzt auch wirklich nicht so. Ähm... Ich weiß nur, wir müssen da irgendwie hoch. Deswegen basteln wir uns wie immer einen Weg. Ähm... Ich weiß. Hab's gemerkt. Ach, da hinten müssen wir hin, okay. Nein! Ich komm nicht mehr hoch. Ich komm nicht mehr hoch, verdammt. Oh, shit, ey. Ach, fuck, ey. Ach, Gott sei Dank kriege ich das Teil bis hierher. Okay, machen wir kurz einen Umweg. Um uns das Leben mal zu holen. Wir wollen uns das Leben ja schließlich nicht nehmen. Okay. 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 Ich bin draußen. Vorerst. Hey, ich bin's. Mach die Tür auf. Ah, alles klar. Hey, cool. Ah, Daten werden geladen. Wir laden werden die Daten. Einheit folgt ein Mann. Ja, immerhin, ne? Oh, zwei schon. Was geht hier ab? Wow. Kommt raus. Schnelle sogar. Alter, dass sie hier mal irgendwie aus dem All hier reingeschleudert werden und dann hier alles die Menschheit auslöschen sollen. Dr. Freeman, wenn Sie sich verkriechen möchten, dann nicht hier. Ist nicht mehr sicher. Nö, das glaube ich allerdings auch, dass das hier nicht mehr sicher ist. Okay, das haben wir auch. So, Sekunde mal. So, alles klar. Wir gehen weiter. Oh, hier ist alles überall nix. Ähm. Hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Hier haben wir auch nix. Hier haben wir überall nix. Okay, gehen wir weiter. Oh Gott, nicht schon wieder hier unten irgendwo rein. Okay. Oh, das riecht ihr, als hab hier nen Zombie mal gewütet hat. Bitte was? Okay, ich bin unten. Okay, hier geht's nicht weiter. Zur Brücke müssen wir definitiv. Oh, ich hab gar nichts gesehen. Ist das so gut, der da? Ja. Geht's nochmal weiter hier? Bitte? Ich muss meinen Auftrag erledigen. Okay. Nee, von hier wär ich gekommen. Hier geht's definitiv nicht weiter. Bin ich falsch gelaufen? Lass mich weg hier! Oh. Nö, jetzt bin ich auf jeden Fall richtig. Okay, das war der, ich weiß nicht, 22. Part, laufe ich. Wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut, tschüss.